Wirklich faszinierend, diese Technik von Leuten, nicht wahr? Da kann man mit den neuesten Handykameras bereits Zeitlumenaufnahmen bis zu 240 Bilder pro Sekunde schalten. 240 Bilder pro Sekunde, faszinierend, nicht wahr, wenn man denkt, dass die meisten Videospiele nicht mal 60 schaffen? Jetzt brauchen wir nur noch einen Anlass, bei dem es wirklich wichtig ist, so eine Aufnahme zu haben. Nur wo? Ich hab ne Idee. Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem Sinne, Prost!